Stell dir vor, du steigst in einen vollen Zug in Baden-Württemberg, Deutschland und erwartest nur einen gewöhnlichen Tag. Doch als sich die Türen öffnen, wirst du von einem unerwarteten Fahrgast begrüßt. Ein kräftiger, rot getigerter Kater, der sich lässig über zwei Sitze ausgestreckt hat und friedlich schnurrt, als gehöre ihm der Zug. Es war eine ganz normale Fahrt mit der S1-Linie nach Kirchheim, Richtung Stuttgart, doch dieser Tag hatte eine besondere Überraschung parat. Der Kater, allein unterwegs und völlig unbeeindruckt von allem um ihn herum, hatte sich offenbar spontan auf eine Reise quer durch die Stadt begeben. Niemand wusste, wie oder warum er im S-Bahn-Zug gelandet war. Die anderen Fahrgäste waren genauso verwirrt wie amüsiert, als sie diesen pelzigen Pendler beobachteten, der friedlich inmitten des Trubels des Zuges schlief. Unter den schmunzelnden Reisenden war auch Patrick Maurer, der nicht widerstehen konnte, ein Foto des Katers zu machen, wie er es sich auf den Sitzen bequem gemacht hatte. Neugierig postete Patrick das Bild schnell auf Facebook mit der Nachricht. Hat jemand seinen Kater im Zug verloren? Was er nicht ahnte war, dass dieser einfache Post bald zu einer Internetsensation werden würde. Der Beitrag verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Innerhalb weniger Stunden wurde er zehntausende Male geteilt. Und über 30.000 Menschen versuchten, das Zuhause des rot getigerten Katers ausfindig zu machen. Das Internet war fasziniert von der abenteuerlichen Geschichte des Katers. Und Menschen aus ganz Deutschland meldeten sich, boten Tipps, Theorien und gute Wünsche für seine sichere Rückkehr an. Der Kater selbst blieb natürlich völlig ahnungslos über seinen neuen Ruhm. Während die Onlinesuche weiterging, bekam ein nahegelegenes Tierheim Wind von der Sache. Es gelang ihnen, den streunenden Vierbeiner aufzuspüren und ihn in ihre Obhut zu nehmen. Und dann kam der Moment, auf den alle gehofft hatten, die Besitzer wurden gefunden. Überglücklich und erleichtert eilten sie ins Tierheim. Und schon bald war der abenteuerlustige Kater wieder mit seiner Familie vereint. Das Internet schmolz erneut dahin, als die Besitzer Bilder teilten, wie ihr Kater sich wieder gemütlich in seiner vertrauten Umgebung zusammenrollte. Diese Geschichte ist nicht nur eine Erinnerung an die unerwarteten Abenteuer, die uns Tiere bescheren, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Gemeinschaft. Tausende Menschen kamen zusammen, um diesen verloren gegangenen Kater wieder mit seiner Familie zu vereinen. Egal, ob es ein Kater im Zug ist oder ein anderes Tier in Not. Jeder von uns kann einen Unterschied machen. Wenn dir solche Geschichten gefallen, dann vergiss nicht, den Like-Button zu drücken. Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Hast du schon einmal ein verlorenes Tier getroffen, das Hilfe brauchte? Und vergiss nicht zu abonnieren, um weitere herzerwärmende Rettungsgeschichten zu sehen.